Wunderschöne Nachmittag wünsche ich Ihnen. Haben Sie schon einmal etwas erlebt, das Sie sich nicht erklären konnten? Vielleicht haben Sie das ja für sich behalten, vielleicht haben Sie es auch erzählt. Es gibt Menschen, die erzählen von Lichtwesen, Elfen, Kobolden, von Schutzengeln, die Ihnen begegnet sind, die haben, die sie vielleicht sogar spüren. Und wir fragen uns heute, ob das Realität sein kann, ob es diese Begegnungen wirklich geben kann oder ob das schiere Einbildung ist. Und darüber unterhalte ich mich mit meinen Gästen heute und ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Dina Laro, die auf der Insel der Götter auf Bali ein spirituelles Erlebnis hatte. Heide, der von einem ganz besonderen Schutzengel bereits zweimal das Leben gerettet wurde. Doris, der im Wald klitzekleine leuchtende Wesen begegneten. Edmund, der lieber auf die Wissenschaft vertraut, als Übersinnliches zu vermuten. Andreas, dessen Weltbild sich beim Medizieren auf einen Schlag änderte. Vera, die immer nur Fee genannt wird, obwohl sie sich eigentlich zur Hexe ausbilden ließ. Und Johanna, für die nur Zahlen und Fakten zählen. Im Studio begrüße ich unseren Experten, den klinischen und Gesundheitspsychologen Mag. Dr. Martin Fehlinger, der uns verraten wird, was es mit übersinnlichen Begegnungen auf sich hat. Ich weiß nicht, was wir heute hier noch alles erleben werden, aber es ist auf alle Fälle ein sehr spannendes Thema, zumal es Menschen gibt, die als Kind, so sagen sie, bereits etwas erlebt haben. Und ich möchte da gerne die Vera und die Doris dazu befragen. Doris, als Kind, sagst du, hast du schon etwas gesehen oder erlebt, was andere nie erlebt haben? Zum Beispiel deine Schwester. Ja, mein erstes Erlebnis, wo ich mich jetzt richtig daran erinnere kann, das war eigentlich am Anfang ein Traum von meinen Großeltern, von meinen verstorbenen Großeltern und meinem Onkel. Und später, als ich das mit einer anderen Freundin, die auch in die Richtung geht, diesen Traum erläutert habe, hat sie gesagt, ich habe denen eine Lichtbrücke gebaut. Weil aus meinem Schlafzimmer ist wie eine Treppe aus Licht in die Höhe gegangen und links und rechts waren gleisende Gestalten, also ich sage, das waren Engel. Man hat sie nicht richtig gesehen, man hat noch gewusst, sie sind da. Sie sind links und rechts vor der Treppe stehen sie und meine Großeltern und der Onkel sind einfach in der Mitte empor. Und das war kein Traum, also du hattest die Augen offen. Ja, ich bin nämlich, also wo das alles vorbei war, bin ich im Bett geguckt, so wie ich mich gesehen habe und der Geruch von meiner Oma war im Zimmer. Die hat immer so einen speziellen Geruch gehabt und der war im Zimmer. Das war so meine erste Begebenheit. Okay. Alle anderen haben in der Kindheit ja keine Erlebnisse diesbezüglich gehabt, Vera aber schon. Ich habe in meiner Kindheit auch oft mit offenen Augen geträumt und wahrgenommen, nur bei mir waren es eher Bilder von Planeten, von Sternen, also sehr, sehr verbunden mit dem Universum. Und ich habe schon von Planeten und von Sternensystemen geträumt, bevor ich überhaupt gewusst habe, was das ist, bevor ich überhaupt Dokumentationen schauen konnte. Da war ich fünf Jahre alt, da habe ich das geträumt. Okay. Auch mit offenen Augen und auch Wesen wahrgenommen und von klein auf eigentlich schon aufgemalt und gezeichnet. Und es gibt ein Wesen, das sich sozusagen ein bisschen so verfolgt, kann man nicht sagen, das ist so wie ein Wesen, sagst du, das immer in deiner Nähe ist. Genau. Ich würde es wie ein Schutzwesen bezeichnen, was mir einfach oft aufgefallen ist oder immer in meiner Nähe ist. Also ich vernehme es in Form von Bildern, also dass ich es bildlich wahrnehme, von mir sehe und auch in Form von Gefühlen. Okay. Und wie sieht dieses Wesen aus? Ah, da haben wir jetzt ein Bild, gell? Genau. Also eine Mischung aus Engel und Wolf eigentlich. Also ein sehr starkes Wesen, auch sehr kraftvoll von der Energie her. Okay. Schaut ein bisschen aus wie du. Ah. Irgendwie würde ich sagen, wirkt jetzt der Diener. Das hast du wirklich gesehen? Das habe ich gesehen und sehe ich noch heute, ja. Jetzt eine Frage. Ja. Hast du Angst gehabt? Nein, eigentlich nicht. Dann war das, wie die Balinesen sagen, kein böser Dämon, sondern ein guter, weil sonst hättest du dich gefürchtet. Und das ist dann wieder nach einer Weile verschwunden. Es ist eigentlich immer wieder da, also immer wieder in gewissen Abständen nehme ich es immer wieder wahr. Also ich glaube, dass es mich wirklich dauerhaft beschützt. Du hattest ja auch mal einen Autounfall oder zumindest bist du angefahren worden. Ja, genau. Ich bin mal angefahren worden und ich hatte aber keine einzige Schramme nachher. Also es war wirklich, wie wenn etwas auf mich aufgepasst hätte. Gut. Kannst du mit diesem Wesen auch kommunizieren? Ich habe schon mit dem Wesen kommuniziert, auf unterschiedliche Art und Weise. Ein Beispiel, was ich nennen kann, ist, dass ich das Wesen innerlich quasi befragt habe, wo es um eine Freundschaft ging. Ob die Person mit mir befreundet bleiben wird oder nicht. Und dann habe ich das Wesen um ein Zeichen gebeten und ich habe das Wesen gefragt, ob es mir ein Zeichen in Form eines Knopfes senden kann. Wenn ich einen Knopf finde, wird die Person mit mir befreundet bleiben. Wenn nicht, dann eben nicht. Und ich bin wirklich spazieren gegangen und, was weiß ich, 10, 15 Minuten später habe ich einen Knopf gefunden. Und dieses Spiel quasi habe ich dann öfter gespielt. Und immer, wenn es um Entscheidungsfragen ging, habe ich dann tatsächlich Knöpfe gefunden und die Knöpfe als Ja gewertet. Aha, okay. Genau. Also du nimmst das Wesen in dem Sinne nicht wahr, dass er direkt mit dir redet, sondern durch Zeichen wahr? Auch durch Zeichen, genau. Okay. Wie erklärt sich das der Edmund? Zum Wunsch ist der Vater des Gedankens. Also du findest auch mitunter Knöpfe am Boden, denkst du nicht dabei? Ich finde auch schon mitunter Knöpfe hat jemand verloren, da denke ich mir nicht viel dabei. Und die Johanna? Ja, ich denke mir, das kann man alles bis jetzt, was ich gehört habe, sehr gut mit einer blühenden Fantasie erklären, die man als Kind einfach hat, die aber mit einem Wesen oder mit einem Nichts zu tun haben muss. Dann lass dir mal die Geschichte von der Dina. Das ist die blühende Fantasie. Das ist die Wahrheit. Aber das sind, okay, das sind jetzt Kinder oder man ist vielleicht... Gerade bei Kindern, aber das war ja jetzt nur bei der einen Dame. Genau, aber Dina hat ja auch was erlebt und auch die Heide und auch der Andreas. Aber lass uns einmal die Geschichte von der Dina Laro erzählen. Eines Tages, als ich schon sehr erwachsen war und eine 18-jährige Tochter hatte, lernte ich einen Reiseleiter kennen oder einen Reisebürobesitzer, so war das. Und der hat mir erzählt, dass er Bali so liebt, das ist so eine fantastische Insel. Ich habe gesagt, ich möchte ein Himmel nach Bali, habe bei ihm gebucht sofort, das war eine Reise mit Ärzten. Eine dreiwöchige und ich habe dann noch verlängert. Also, ich habe sofort gelesen, ein bisschen über die Geschichte, über die Sitten und so weiter. Und dann, das war eigentlich alles an Vorbereitungen, dann ist es auf die große Reise gegangen. Wir waren dann länger in Ubud, in Bali, haben in einem Bungalow gewohnt, damals gab es keine Hotels. Wann war das, in welchem Jahr? Das ist schon lang her. Das war 1976. 76, okay. Das war etwas so Wunderbares. Wir sind hingekommen, alles neu. Die Menschen, die reden und diese wunderschönen Tempel und der Bungalow, in dem wir wohnen. Jeden Tag ist der Diener gekommen, hat gesagt, kiss me. Ich habe mir nur gedacht, was soll das heißen, hat das Frühstück gebracht. Und ich habe ihn dann gefragt, nachdem ich das gelesen habe, wie das mit den Dämonen ist und so. Und dann sagt er, ja, es gibt Hexen. Und ich, also wie schauen die Hexen aus und was machen die? Also die Hexen haben ein rotes Kleid an und mit gestreckten Händen, Armen und Beinen segeln sie durch die Luft. Und ich habe mir gedacht, na gut, das ist heute, hat man, fürchtet man sich heute ein bisschen. Aber wenn so eine Hexe einen Menschen berührt, stirbt er oder wird schwer krank. Das waren die Dinge, muss ich sagen, also noch zum Hintergrund. Und gleich am Anfang, nicht lang nach unserer Ankunft, wurde ich plötzlich um Mitternacht wach. Ich denke mir, mein Gott, jetzt ist Mitternacht und meine Tochter schläft, die darf ich nicht aufwecken, was mache ich? Naja, das berühmte Kreuz des Südens, habe ich mir gesagt, gehe ich anschauen. Und das Komische war, wir haben also, das war kein Schlafzimmer, ein Zimmer halt und davor eine kleine Terrasse. Und dann sind schon stufend durch den Urwald gegangen. Und ich, das Komische war, ich habe begonnen, mich anzuziehen, anzukleiden und habe mir gedacht, wozu? Ich gehe doch nicht weg. Und habe genau gewusst, habe weiter meine Turnschuhe angezogen, das ganze Gewand. Und ich habe mich selber gefragt, was soll das überhaupt? Soll ich mich lächerlich machen, als Touristen in der Nacht allein durch den Ort gehen und die Hunde bellen wie verrückt? Also, ich nahm die Taschenlampe und ging den schmalen Pfad zur Straße, die Straße hinunter. Keine Hunde haben gebellt, es war ganz ruhig. Und ich ging weiter, die Straße bis zu einem Hohlweg. Ich wusste genau, wo ich hingehen wollte. Und bei diesem Hohlweg ist ein schmaler Pfad nach oben gegangen. Und da bin ich hinauf und dann war eine riesige Ebene, der dunkle, sternenerfüllte Himmel. Das waren so wie Diamanten. Eine wunderbare Wärme hat mich umgeben. Das ist so ein Gefühl einer unsichtbaren Umarmung gewesen und des Glücklichseins. Und ich stehe da und schaue und wundere mich, dass es so etwas Schönes gibt. Und da sehe ich in der Ferne ein Licht. Und ich habe mir gedacht, das ist komisch. Das Licht leuchtet eigentlich in den Himmel und nicht auf dem Boden. Man leuchtet doch auf dem Boden, um den Weg zu sehen. Und dann ist mir aufgefallen, dass das Licht sich waagerecht bewegt hat. Und das hat mich jetzt gewundert. Wenn ein Mensch mit einer Lampe geht, bewegt sich die im Takt der Schritte. Und ich habe mir gedacht, ich gehe hinschauen. Das war so circa, das kann ich nicht genau abschätzen, war 150 oder 100 Meter locker. Und es war kein Haustort, das wusste ich, weil die Stelle habe ich schon gekannt. Und ich bin also gegangen. Und dann haben aber die Reißfelder begonnen. Und die Reißfelder, die sind so kleine Dämme aus Erdreich. Und innen wachsen dann die Pflanzen und das ist alles gatschig mit Wasser gefüllt. Und ich habe mir gedacht, da gehe ich jetzt nicht weiter. Das Licht, das schwebt, ich kann nicht schweben. Ich fliege da hin in den Gatsch und was immer das Licht ist, das erwischt mich. Und plötzlich sehe ich von mir, ein bisschen näher wie du bist, einen schimmernden, fluoreszierenden Schein. So wie ein Omega, das sich bewegt hat. Und ich denke Schlange, dann plötzlich, die Schlange fliegt nicht. Und schalte sofort die Taschenlampe ein. Und da habe ich von mir einen Mann stehen gesehen. Der war nur vielleicht so ein bisschen klein wie ich oder größer, ein Einheimischer. Mit schwarzen Haaren, einem schwarzen Schnurrbart. Und hat so ein Gewand angehabt, so wie wir die chinesischen Morgenmäntel kennen. Die so gerade runtergehen mit einem ganz feinen, lila und rosenen Muster. Und der steht da und ich stehe da so mit der Taschenlampe und hole ihm die hin. Und dann denke ich mir, also vorbeigehen mag ich eigentlich nicht. Und dann warte ich noch, dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Dann gehe ich ein paar Schritte, dann denke ich mir, jetzt bin ich ganz... Ja, ich habe mir gedacht... Hat er was gesagt? Na Moment, ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich schaue den an, das habe ich vergessen. Und denke mir, na, ich grüße nicht. Ich bin eine Frau und eine Touristin. Er muss zuerst grüßen. Und er hat aber nichts gesagt, er hat nur gelächelt. Na ja, gut. Und dann habe ich mich umgedreht und bin zurück. Und kurz bevor ich unten war, denke ich mir, jetzt bin ich ganz unhöflich und leuchte ihn noch einmal ins Gesicht. Und habe zurückgeleuchtet und da war er nicht zu sehen. Na gut, dann bin ich also runtergegangen. Und am Weg nach Hause zum Hotel habe ich mir gedacht, das ist eigentlich komisch. Warum habe ich ihn nicht vorher gesehen? Ich stehe da, ich hätte ihn ja sehen müssen im Dunkeln, beim Mondlicht. Dass er dir entgegenkommt zum Beispiel, oder? Ja, ja, natürlich. Hätte ich ja gesehen. Also gut, am nächsten Tag erzähle ich das meiner Tochter. Wir erzählen es dem Diener. Der Diener, der hat nur eine Frage gestellt. Also für den war das nichts Neues. Also diese Begegnungen sind offenbar häufig. Sagt nur, ob ich seine Füße gesehen habe. Ich sage, nein, auf die Idee komme ich nicht auf die Füße anschauen. Und dann sagt er, fragt er genauso, ob er etwas gesagt hat. Und ich sage, nein. Und da hat er gesagt, das ist ein guter Dämon gewesen. Und ich habe mir gedacht, das war kein lebender Mensch. Das war schon ein Mensch, aber kein lebendiger. Das war die Seele von einem Menschen. Johanna, wie erklärst du dir das? Das da? Wie ich mir das erkläre? Ja, interessant. Also wenn ich in einem fremden Land bin und in einem ganz fremden Kulturkreis, sind meine Sinne sehr geschärft. Vielleicht habe ich auch einen kleinen, mir unbekannten Schnaps getrunken. Vielleicht habe ich auch irgendetwas geraucht. Wir waren in den 70er Jahren, da war man noch ein bisschen toleranter dazu. Vielleicht haben sie das gar nicht gemacht. Aber trotz alledem, man geht hinaus, man geht auf ein Feld. Die Landschaft ist noch nicht so durchgeleuchtet, wie wir das jetzt haben, die ganze Zeit. Da kann auf einem Feld ein Mensch gehen und seine Reisfelder anschauen. Der steht bis zur Hüfte im Wasser, deswegen ist er klein. Also da gibt es für alle ihre Erlebnisse, das sind schöne und interessante Urlaubserlebnisse, gibt es sehr viele Erklärungen. Aber mit Lichtgestalten, Geistern, Ängeln hat das nichts zu tun. Obwohl dieser Diener, dieser Balinese gesagt hat, ja, das war ein guter Diener. Ja, das würde ich als Tourismusbeauftragter auch sagen. Genau. Aha, sehr schön. Aber sie haben eine blendende Fantasie. Die Heide hat ja auch was erlebt, was sie sich nicht erklären kann. Die Lösung kommt da noch, gell? Ja. Lass mir mal die Heide erzählen, was dir passiert. Ja. Du weißt das so wie die Johanna, dass du ja alles in Wirklären können. Ich muss leider Gottes auch vorher anfangen. Mein Schwiegervater ist im Sterben gelegen. Und ich habe gesagt zu meinem Mann, das war Donnerstag, war der Feiertag und sein Sterbetag, praktisch der 28. Mai, 94, war Freitag. Und da habe ich gesagt, wir treffen uns nach der Arbeit, wir gehen den Opa besuchen. Ich habe das Gefühl, wir verabschieden uns von ihm. Ich muss dazu sagen, ich habe zum Schwiegervater ganz eine tolle Beziehung gehabt. Mir zwei haben sie wirklich... Gut verstanden. Sehr gut verstanden. Es war schöner fast, wie eigene Eltern haben. Es war ganz, ganz was Besonderes. Und wir sind ins Spital gegangen, sind gegen halb zwei ins Spital gekommen und merken, dass er schon nicht mehr so ausgeschaut hat, wie wir es gehabt hätten. Und ich merke auf einmal, wie er sich aufsetzen will und es nicht kann. Und ich nehme ihn und helfe ihm zu mir auf. Und er fällt weg, aber ich sehe noch das Trainer runter und er fällt zu mir vor. Und ich habe ihn dann wieder hingelegt und damit haben wir uns vom Schwiegervater verabschiedet. Dann war das alles kurzfristig zum Erledigen, weiterzugeben eigentlich an das Kind, das mit ihm zusammengewohnt hat, weil das ja das übernimmt, was jetzt geschieht. Und wir zwei haben uns zusammengepackt und sind, wir sind Linzer gewesen und sind nach Magdalena gefahren. Da gibt es einen wunderschönen Teil einer Pferdebahnpromenade. So richtig unendlich romantisch. Also mit dicke, knorrige Bäume, mit vermoste Steine, mit Hügeln, die ganz oben auch Bäume haben. Und da sind wir halt so diskutierend über das Gewesene, über das, was wir verloren haben. Da sind wir so dahin spaziert. Und auf einmal hören wir beide ein Klarinettenspiel. Ein Klarinettenspiel, wahre Freundschaft, das Lied, wahre Freundschaft wird gespielt. Und wir gehen weiter, haben das aber, haben es gehört, wir haben das wahrgenommen, das Spiel, da übt einer mit einer Klarinette so, bodenständig haben wir das halt gesehen. Und auch darüber geredet, hörst du das? Und wir gehen so um das Eck und gehen um das Eck, das war so Felsenkurve, gehen da rüber und dann steht dort noch ein Mann etwas abseits der Straße mit langen, wallenden, weißen Haar, mit einer grünen Joppe, mit einem grauen Hut dazu. Schaut uns aber nicht richtig an. Aber doch und spielt weiter sein wahre Freundschaft. Und wir drehen uns zueinander und reden miteinander. Wahrscheinlich war ich die, weil ich die Schnellere bin am Reden. Da habe ich gesagt, hast du jetzt das gesehen und gehört, was da jetzt da war? Und mein Mann sagte, ja, sagt er. Und wir drehen sich um und da war nichts mehr. Da war gar nichts mehr. Der war nicht mehr da. Und ich sofort meine Füße gepackt und hinter der Kurve nachgelaufen. Und ich dachte, der muss ja wohin gekommen sein. Wo kann denn der hin verschwunden sein? Es war nichts. Es war überhaupt nichts da. Nur ich hatte so ein irgendwie so sonderbares Gefühl und habe dann so aus der Spontanität zu meinem Mann gesagt, du, ich sage dir was, das ist ein Großvorm Schwiegervater. Der hat uns jetzt entweder den Schutz hin geschickt oder hat uns mehr oder minder etwas gegeben, was ihm gehört und er braucht es nicht mehr. Das war für uns nicht ganz klar zu sehen. Aber so war es im Prinzip. Ich mag deinen Mann, den lieben Josef, fragen, wie du das erlebt hast. Also genau so wie die Heide? So wie es die Heide erzählt hat, war es wirklich. Ich habe es genauso gesehen. Und es war keine Träumerei. Es war keine Sinnestäuschung. Weil wenn das nur einer sieht, sagt man, na gut, du hast im Zuge der Vater gestorben, er ist aufgewühlt und so. Aber nachdem ist das genauso gesehen, man hat vorher gehört, wie der wahre Freundschaft soll nicht wanken. Und wenn der Tote nimmt, das Leben. Und wir gehen genauso, wie meine Frau gesagt hat, um die Kurve rüber. Steht der da, ich sehe ihn heute noch, das ist jetzt 27 Jahre aus, steht der abseits da. Mit der Klarinette, so halb das Gesicht zu uns hergedreht. Der Gesichtsausdruck eigentlich ausdruckslos. So tote Augen so. Und er spielt so. Und ich schaue so. Und dann haben wir zwei, hast du das gesehen? Ja, genau so. Und wir drehen uns um und er war weg. Und dann haben wir gesagt, das muss einer sein irgendwie. Aber er war nicht mehr zum Fäden dann. Und dazu muss man sagen, bist du diesem Erlebnis, bist du ein Mensch gewesen, der an irgendwelche übersinnlichen Sachen, Erscheinungen, sowas wie überhaupt nicht geglaubt hat. Nein, ich bin nicht abergläubisch. Ich glaube gar nicht an den Hokus-Pokus und so. Aber das war Tatsache. Das war nach meiner Meinung. Aber wie hast du das erklärt? Wer soll das gewesen sein? Irgendwie war das, ich nehme an, so eine Telepathie, eine seelische Telepathie. Dass er irgendetwas übermittelt noch, vergesst mich nicht oder sonst was, nachdem wir ein gutes Verhältnis gehabt haben. Und mein Vater war ein Vollblutmusiker. Der hat jedes Instrument gespielt und so. Und vielleicht hat er sich, ist da irgendwie noch ein Zusammenhang, dass er da irgendwie noch eine Botschaft an uns rüber gesendet hat. Ich weiß es nicht, das ist so wie eine seelische Telepathie oder wie. Wir sehen jetzt gerade das Bild vom Papa. Aber diese Gestalt im Wald hat nicht wie der Vater ausgesehen. Nein, da war irgendwie so einen komischen Hut hat er aufgehabt und so. Und wie gesagt, mit der Klarinette, so abseits ist er gestanden. Da hat er überhaupt keine Eigentlichkeit gehabt. Und jetzt würde man sagen, okay, das ist Heide, danke Josef, vorerst. Man denkt sich, also jetzt beide seht ihr das. Und dann könnte man sich denken, okay, das ist ein einmaliges Erlebnis. Aber es ist dir dann noch einmal passiert, dass du diese Gestalt, diesen Menschen gesehen hast, bei euch im Garten. Ja, genau. Und zwar, ich bin eine schwere Allergikerin, trage immer Spritze bei mir. Aber wenn ich auf einen Kaffee in den Garten gehe, liegt das natürlich irgendwo in der Garderobe herum und ich habe nichts mit. Und ich trinke einen Schluck Kaffee und verschlucke eine Wespe und habe eine Wespenallergie. Und da hat man nur jetzt gedacht, so Mädchen, jetzt hast du das eng benannt. Das schaffst du jetzt nicht mehr. Die musst du versuchen rauszukriegen. Und im selben Moment, in dem ich so richtig verzagt war und Angst hatte, so richtig Angst um mein Ich und um mein ganzes, was da ist, habe ich auf einmal diesen grauen Schatten gesehen, der was da so gestanden ist und so. Aber der war nicht körperlich wirklich da. Das war eine Figur in irgendeiner Weise. Aber doch in der Ähnlichkeit von der Gestalt, also mit Silhouette und so, das hat alles wunderbar gepasst. Und ich habe halt gehustet und gehustet und mich geplagt und geplagt und habe diese Wespe tatsächlich herausgebracht, aber die ist schon da unten gesteckt. Und habe sie auch fotografiert, den Kaffeeheferl, bevor ich sie gemordet habe. Aber ich habe mich zuerst diesem unwahrscheinlichen Zuseher gewidmet und der hat sich nur erhoben und ist einfach weg gewesen. Und ich bin aber bodenständig, also ich bin da eigentlich nicht empfindlich. Jetzt könnte man sagen, Edmund und Johanna, also wenn man alleine im Wald ist und man sieht so etwas, also einen Klarinetten spielenden Augen, die Augen waren eher so leer, da würde man sagen, na gut, aber beide haben das gesehen, Johanna. Was ist das jetzt? Ja, das ist ein bisschen eine Fangfrage. Aber es ist, ich will ja auch den Herrschaften nicht zu nahe treten, aber Glauben ist ja irgendwie so eine Art Polster, kommt mir vor. Eine Art Sicherheit und in die man sich gut hineinfühlt. Und ihr seid ein Paar, es ist anscheinend eine gute Ehe. Vielleicht habt ihr ein sehr ähnliches Denken und Fühlen. Ihr trefft immer dieselben, ihr kennt dieselben Leute und ihr könnt natürlich gewisse Erfahrungen ähnlich verarbeiten und ähnlich haben. Und ich nehme an, dass das eine Erklärung sein könnte. Weil sehr oft sind ja zum Beispiel diese, ich nenne es jetzt Visionen, nichts anderes als ein chemischer Prozess im Hirn. Darf ich da eine Frage drauf stellen? Ich bin jetzt keine Chemikerin oder schon gar keine Gehirnmedizinerin. Aber das sagt man so. Ja, aber das könnte für mich eine Erklärung sein. Bei dieser ersten Vision haben sie vielleicht, sind sie ja beide in einer Stresssituation mit dem Vater gewesen. Und da kann das natürlich passiert sein. Und das zweite Mal, ja, das war ein Unfall. Was wolltest du sagen, Heide? Entschuldigung. Ich wollte eigentlich die Frage stellen, jetzt muss ich dazu betonen, mein Mann und ich sind Tag und Nacht. Wir sind grundverschiedene Menschen. Mein Mann ist ein wirklich ganz geradliniger Mensch. Und ich bin eine Künstlerin, ja. Also ich sehe schon visuell ganz anders wie andere Menschen. Das war ich aber damals noch nicht. Das habe ich auch nicht gewusst, dass ich das kann. Das ist weit weg. Aber die Tatsache ist, wir sind wirklich ganz, 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 ganz verschieden. Nur ist uns das hängen geblieben, weil wir eben überzeugt sind, wir haben das auf diesem Platz dort so miteinander gesehen. Wir haben uns auch darüber ausgetauscht. Wir haben die Musik schon vorher gehört. Und also bevor wir wahrgenommen haben, war für uns schon Musik da. War schon sofort klar. Was wollte ich vor? Ja, ich wollte auch nicht fragen, seid ihr sehr naturverbundene Menschen? Wir sind unendlich naturverbunden. Dann kann es natürlich sein, dass ihr beide das Gleiche gesehen habt. Es gibt ja Naturwesen, Waldgeister, und die können natürlich auch in Form von Trösten auftreten oder in Form von Beschützen auftreten, gerade für Personen, die sehr naturverbunden sind. Wir sind ja, Doris, Elfen im Wald begegnen. Wie haben die ausgesehen? Die waren klitzeklein, also wirklich. Ich sehe persönlich, es gibt verschiedene Größen. Ich habe einen kleinen Waldkett, da bin ich gerne reingegangen, einfach auf das Bänkle hocken. Da ist ein Bächle davor gewesen. Das würde ich erklären mit diesen kleinen fluoreszierenden Kiebchenpilzen. Aha. Nein, nein, ja. Oder Sonne. Wie erklärt sie das? Der Edmund? Ja, bitte. Elfen im Wald beim Bach. Oder auch die Geschichte von der Heide. Welches Glück, dass man keine Bienen verschluckt hat, weil die Bienenstache haben einen Widerhaken drinnen. Die Wespen kann ich wieder ausspucken. Es ist so, also ich bin oft... Aber das Gruppenerlebnis ist das Gruppenerlebnis und es ist ein gemeinsamer Erlebnishintergrund dahinter. Nein, erschüttert mich nicht. Immer sehen immer wieder nur die gleichen Personen das Gleiche. Da muss einmal ein Fremder, ein Zufälliger dabei sein. Aber diese Erfahrung, dass quasi Heidesmann, der Josef und die Heide das gesehen haben... Erschüttert mich nicht. Erschüttert dich nicht. Was würde dich denn erschüttern, wenn du einen Beweis hättest? Wenn ich einen ordentlichen, soliden Beweis hätte, dass es objektivierbar ist. Also ein Foto. Zum Beispiel. Zum Beispiel ein Foto. Aber das muss von einem Unabhängigen gemacht werden. Aber der war ja nicht dabei, der Unabhängige. Das ist immer so. Der Geist erscheint immer nur dann, wenn ihn sonst niemand sieht. Okay, Doris. Es ist ja nicht so, dass es passiert, weil es du willst. Es passiert, weil es passiert. Und mir ist es so gegangen im Wald. Also die Elfen waren da. Ich bin auf der Bahn geguckt. Ich habe zuerst gesagt, das ist eine lästige Mucke, die um mich herumschwirrt. Ich habe sie immer wieder weggeschlagen, bis ich genauer rein geschaut habe. Und dann habe ich gesagt, dass die einfach geleuchtet hat. Und die ist vor mir vorbeigeflogen in einem Busch. Dann bin ich nach, habe da hineingeschaut. Und da waren einfach drei kleine Elfen im Dreieck, wo in dem Busch geschwebt sind. Und was überzeugt dich davon, dass das Elfen waren und keine kleinen Glühwürmchen oder irgendwelche anderen Minderln? Man hat nicht viel gesehen. Doch die Sonnenstrahlen. Es gibt Käfer, die haben Panser, die reflektieren. Nein, es war ein heller Nammichtag. Und es können keine Glühwürmchen sein. Glühwürmchen kommen am Arbeiter. Ja, aber ich meine, haben diese Elfen Gesichter gehabt? Sie haben geleuchtet. Was ich gesehen habe, waren einfach ganz kleine Körper. Also die waren ganz fein. So wie bei Peter Pan. Ja, so ungefähr, ja. Ich weiß, man könnte dir zeigen, ich fantasier mir das, wie es Peter Pan sein. Aber es war wirklich so. Also es waren ganz klitzekleine Waren, sie sind so gross. Johanna, wenn du das nie gesehen hast. Fast menschliche Esen, die mit Flügel waren. Eigentlich schade, dass du das nie gesehen hast. Ja, und ich habe mir immer gedacht, wenn man so etwas sieht, will man tausend Fragen stellen. Aber in dem Moment, wenn du das siehst. Ist man sprachlos. Erstens mal sprachlos, aber auch innen, innen diese Glückseligkeit, diesen Frieden in dem Moment. Was man in dem Moment spürt, der ist nicht von derer Welt. Oder sie hat einfach tatsächlich Glück, die Doris, dass sie so etwas sieht und du eben nicht, weil du dich gar nicht öffnest dafür. Das kann sein, ja. Also ich bin sicherlich kein sehr, wie soll ich sagen, empathischer Mensch und vielleicht sogar ein bisschen humorlos. Und mir passieren solche Dinge nicht. Man muss schon eine gewisse Persönlichkeitsstruktur haben, um so etwas, das einem so etwas erlebt. Er lebt aber nur ganz kurz. Das bedeutet aber trotzdem nicht, dass ich kann nicht glauben, dass es so etwas gibt. Aber vielleicht bist du da, wo der Andreas auch mal war und heute nicht mehr ist. Weil du hast dich ja früher, warst du ja sehr materialistisch, wissenschaftlich, erdig. Du hast für alles eine Erklärung gehabt. Was ist dann passiert? Ja, also ich habe begonnen zu meditieren. Einfach nur aus der Motivation heraus, weil ich wissen wollte, wie ich das Glück irgendwie innerlich finde. Weil ich gemerkt habe, okay, im Außen kann man das Glück irgendwie nicht greifen. Und dann habe ich begonnen zu meditieren und relativ schnell habe ich dann neue Erfahrungen sammeln können. Und habe gemerkt, okay, also da passt mein vorheriges Weltbild irgendwie nicht mehr wirklich dazu. Zum Beispiel hat es mich, ich glaube, bei einer meiner ersten Meditationen aus dem Körper katapultiert. Und plötzlich habe ich mich da gesehen, wie ich sitze und meditiere. Und dachte mir dann, okay, das heißt, ich kann ja nicht nur ein Körper sein, wenn ich mich da selbst sehen kann, wie ich da meditiere. Und da hat sich dann immer mehr ergeben, bis dann irgendwann eine, ich würde sagen, Durchbruchserfahrung kam, eine Erleuchtungserfahrung. Da habe ich wieder meditiert und es hat sich so viel Energie in meinem Körper aufgesammelt. Also das hat sich angefühlt, als würde jede einzelne Zelle meines Körpers beben vor Energie. Unglaubliche Energie. Und dann habe ich gemerkt, ich kann diese Energie nicht mehr halten, es wird zu viel. Zuerst war es schön, aber dann ist es mir zu viel geworden. Ich habe mir gedacht, das war es jetzt, mich zerreißt sind tausend Stücke. So eine Energie war das. Und das ist dann mehr oder weniger tatsächlich passiert. Also die Energie ist aufgestiegen und mein Bewusstsein hat sich in alle Richtungen ausgeweitet. Und plötzlich war ich nicht mehr, da war kein Körper mehr, sondern ich hatte kein Anfang, kein Ende. Und ich war eins mit dem allumfassenden Bewusstsein. Und war das damals, wo dieses Lichtwesen oder diese Kraft, diese Energie bei dir war? Das kam direkt danach. Und die dir kommuniziert hat? Das kam dann direkt danach. Also zuerst war ich in diesem erweiterten Zustand. Und das hat dann irgendwann wieder aufgehört. Dann bin ich wieder da gesessen. Bin erst mal so da gesessen. Eine halbe Stunde. Und da war dann, also ich habe auch richtig spüren können, dass meine ganzen Zentren, diese Energiezentren, von denen man immer hört, die Chakras, die habe ich dann richtig wahrgenommen. Die waren offen, komplett offen. Und dann hatte ich einfach eine viel höhere Wahrnehmung. Und wir wissen ja auch, dass wir mit unseren Augen und so, wir nehmen nur acht Prozent von dem wahr, was wirklich da ist. Jedenfalls plötzlich kam dann eine Präsenz auf mich zu und war dann direkt vor mir. Und ich konnte sie nicht wirklich sehen, nur so ein bisschen, ich habe gemerkt, da ist Energie vor mir. Aber ich konnte sie nicht direkt sehen als Gestalt. Und dann, die Johanna wartet schon. Die juckt schon. Und dann, ja, ich habe gemerkt, da ist jemand. Und ich habe gesagt, ja, okay, da ist ja jemand. Wer bist du? Und gleichzeitig war es ein unglaublich, also es ging unglaublich viel Liebe und schöne Energie von diesem Wesen aus. Das heißt, ich hatte überhaupt keine Angst. Und intuitiv habe ich dann gemerkt, es möchte sich mit mir verbinden. Es fragt mich um Erlaubnis, ob es sich mit mir verbinden darf. Ich habe gesagt, ja, okay. Und dann hat es bei diesem Zentrum, das offen war, angedockt. Und es hat sich angefühlt, als würden energetische Energietentakel in mein Hirn reinkommen. Haben sich dort vernetzt. Und dann konnte ich plötzlich komplett telepathisch mit diesem Wesen kommunizieren. Also das war nicht mehr mit, dass ich jetzt irgendwas sagen muss, sondern es war nur noch so, wie wenn ich jetzt was sage, habe ich ja vorhin einen Impuls, den ich sagen will. Und so wurde kommuniziert, direkt mit Impulsen. Das ist wirklich toll, aber so etwas Ähnliches habe ich auch einmal erlebt. Und zwar, ich war krank, ich hatte Krebs, ich habe eine schwere Medikamente bekommen, unter anderem so Opiate oder Opiat-ähnliche Medikamente. Und da hat man auch solche Erlebnisse. Also jetzt nicht mit diesem anderen Wesen, das ist noch eine Stufe weiter, aber es war ein sehr schönes Haus oder so irgendwie. Aber das ist also ein Rauschzustand, den man, wenn Sie den selbst über Meditation erzielen können, das ist natürlich toll. Aber das hat mit Lichtwesen, Engeln, anderen Wesen meiner Meinung nach auch überhaupt nichts zu tun. Sondern das ist Ihre Meditationskraft, die Sie einfach haben. Dina, du hast da die Lösung, die Pointe kommt erst in deiner Geschichte. Also pass auf, wenn meine Nachbarin, ich glaube, die hat Drogen oder was genommen, möchte ich sagen nur, ich war im Vollbesitz meiner Kräfte und das war ja in der Nacht, das war auch ausgeruht. So, das hat mir das keine Ruhe gelassen. Der Dina hat gesagt, es war ein guter Geist. Mir hat das keine Ruhe gelassen, aber ich habe auch niemanden gefunden, der mir das erklärt hätte. Ich habe einen Verwandten gehabt in Graz, den habe ich mal aufgesucht und bei der Gelegenheit habe ich ihm das erzählt. Und der sagt, zu mir hat mir das eingebildet. Das hat mich besonders gefreut. Und dann habe ich diese Frage eigentlich vergessen, bis eines Tages mir von den jungen Leuten jemand gesagt hat, du, wir kennen eine Indoneserin, die kennt sich in Bali aus wie in ihrer eigenen Hosentasche. Und sage ich, ja, dann bringt es mir die doch. Und die ist gekommen und die hat sich sehr gut ausgekannt. Die hat gesagt, weißt du Dina, dort wo du in der Nacht gewesen bist, das war ein heiliges Feld. Und der Mann, den du getroffen hast, der hat auf einen anderen gewartet und du bist nur dazwischen gekommen. Und das war es. Da wollte ich mit jemand anderem treffen, der von dieser Welt ist. Das war es eigentlich. Und ich bin dazwischen gekommen. Das war die Erklärung. Und das ist typisch balinesisch oder das ist eine ganz andere Kultur, die wir nicht verstehen. Das ist dort so. Wenn jetzt der Edmund ein Indonesier wäre, würde er die Geschichte vielleicht anders sehen? Nein, er würde es verstehen. Er würde es erklären. Diese sogenannten Einbildungen etc. sind ja im Gehirn, wenn man so will, oder im eigenen Denkorgan real da. Und sie haben auch real messbare Auswirkungen. Aber trotzdem ist es in dem Sinne die Fantasie, die einen beflügelt auf der einen Seite. Und wir haben hier sicherlich das gleiche Phänomen wie in der Medizin auch. Zwischen Wirkungen, wo eigentlich keine Ursache dafür da ist. Zumindest nicht die Ursache, die man annimmt, weil die nicht wirken kann. Was hast du beruflich gemacht? Ich war Apotheker. Aha, okay. Und in der Medizin heißt es ja im Placebo-Effekt und der negative Form ist der Notsebo-Effekt. Und den kann ich natürlich im täglichen Leben auch beobachten. Der Kaffee in einem ordentlichen Kaffeehaus schmeckt besser als wie in einem Beißel. Du, Edmund, aber dieses, unabhängig von irgendwelchen Lichtgestalten, so wie es die Herrschaft mitunter erlebt haben, hast du schon mal das Gefühl gehabt, du warst in großer Gefahr und jemand war da, der dich getragen hat? Nein. Nein. Also so wie diese Geschichten mit Vera und Unfall und jemand. Auch die Heide hatte mal in Gibraltar, glaube ich, einen Autounfall. Nachdem wir von Afrika zurückgekommen sind, sind wir nach Gibraltar rüber und haben uns Gibraltar angeschaut. Da war der Sohn mit, der war so ungefähr 14 und wir sind da bei Gibraltar so spazieren gegangen und ich bin ein bisschen schneller gegangen als die zwei Burschen und habe mir gedacht, dass die nicht weiter drehen und drehen. Bleib stehen und drehe mich um und im selben Moment, wie ich stehen bleibe und mich umdrehe, ist vor meinen Füßen an die Hausmauer ein Auto hingeschoben worden. Der Beifahrer war nicht mehr da, der war mehr als maustot und ich bin da wirklich vielleicht so viel von dem Auto weggestanden. Und dann schaue ich in das Auto von hinten hinein und da ist ein Totenkopf drinnen gewesen, so eine Figur oder so, einfach eine Grippe halt, was wie ein Totenkopf ausschaut. Und der hat mir so zugewunken und ich denke mir, so was Markaberes und das war zwei, drei Monate nach dem Tod vom Schwiegervater. Und dann habe ich mir gedacht, im selben Moment haben wir gedacht, das ist denn doch vielleicht ein Schutzengel jetzt gewesen. Mehr habe ich da nicht zum Vermitteln, sondern in meinem tiefen Inneren habe ich mir gedacht, da war jetzt ein Schutzengel für mich da. Und habe das eigentlich so ausgelegt, meine eigene Interpretation. Die Vera versteht das gut, gell? Ja, doch schon, genau, weil ich das auch so ähnlich eben erlebt habe. Also in meinem Fall war es so, dass ich eben angefahren wurde und es hat mich auch ein Stück weit nach vorne schon geschleudert eben. Aber ich habe mich anscheinend dann so gut oder so geschickt abgefedert, dass ich wirklich überhaupt keine Verletzungen hatte. Also die Rettung hat dann nachher noch geschaut. Aber wieso glaubst du, dass das ein Schutzengel war und nicht einfach nur du, weil es geschieht wie ein Katzerl bist? Es war das Gefühl einfach. Also bei mir war es... Es ist so unbeschreiblich, oder? Es ist unbeschreiblich. Es ist einfach nicht erklärbar. Es war so eine Wärme, trotz alledem, trotz dem, was gerade passiert ist, habe ich mich gefühlt, wie wenn ich in eine warme Decke gehüllt. Also wie so ein Schutz. Und ich habe selbst in dem Moment, wo das Auto mich angefahren hat, gedacht, ja, mir kann nichts Schlimmes passieren. Und hast du da dieses, dein Wesen gesehen, kurz so vom geistigen Auge, diesen Wolf? Ja, innerlich schon, ja. Weil die Dina, ich glaube, du hast gefragt oder wolltest wissen vorhin, ob sie das selber gemalt hat, ne? Ja, genau. Ja, genau. Das Wesen. Das habe ich selber gemalt. Aus der Erinnerung. Genau. Ich male oft auch. Das ist egnatig. Ja, ja. Weil Dina ja auch malt, ne? Also du malst ja Mädchen, Frauen. Schön. Und nicht aus der Erinnerung, aber ... Aber aus der Erinnerung. Ich kann mich an alles Mögliche erinnern. Ich kann mich auch an meine eigenen Gedanken, wann es sein muss, erinnern. Aber da ist kein Wesen dabei, dass ... Da ist kein Wesen dabei. Das ist meine Vorstellungskraft. Hest gern so ein Wesen. Also bei mir zum Beispiel war es so, dass diese Erlebnisse, die waren einfach so unglaublich, dass diese Frage, ob ich mir das jetzt einbilden könnte, gar nicht mehr da war. Weil das einfach so ein Erlebnis war, das kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Kannst du Situationen herbeiführen, dass du ... Da sind wir wieder bei dem Wort einbilden. Da sind wir wieder bei dem Wort einbilden. Wenn ich es gedanklich erlebe, so kann ich natürlich sagen, das ist eine Einbildung. Aber für mich persönlich ist ja dieses Erlebnis real. Und das hat auch reale Auswirkungen. Ich kann es auch hinschreiben. Aber da sehe ich keinen Grund dafür, übernatürliche Geister anzunehmen. Aber ich möchte noch wissen, Kang, kannst du dieses Erlebnis immer wieder wiederholen und wieder machen? Also so meditieren, dass dieses Lichtwesen wiederkommt. Wiederkommt, ja. Geht das? Immer wieder. Wie oft? Einmal in der Woche, jeden Tag. Stündlich. Stündlich nicht, aber das geht schon physisch nicht. Es geht nicht jeden Tag. Ich kann es nicht genau bestimmen, wie. Aber manchmal setze ich mich hin. Es baut sich wieder diese Energie auf. Mein Chakra öffnet sich. Das fühlt sich wirklich so an, als würde da einfach was aufgehen. Und plötzlich fühle ich mich verwurzelt zum ganzen Universum. Und dann kommen allerlei Energien und tauschen sich mit mir aus. Macht dich das glücklich? Hast du ein Glücksgefühl dabei? Ja, es ist das Allerschönste, was ich überhaupt jemals erlebt habe. Eben, das ist nicht so herausgekommen. Das denke ich mir. Aber das Gehirn ist zu vielen Leistungen fähig. Wenn ich mir vorstelle, ein vielharmonischer Musiker, der hat ein Notenblatt für sich, ein Klavierspieler, das ist voll mit Noten. Und der weiß ganz genau, wenn er oben anfängt und wenn er irgendeine Tonfolge sieht, weiß er automatisch, ohne nachzudenken, wie er hingreift. Das ist auch eine Leistung. Das ist aber jetzt ein bisschen was anderes, weil da hängt es mit Wissen, mit den wahnsinnigen Leistungen, die unser Gehirn hervorbringen kann zusammen. Aber das, um das hier, glaube ich, geht und was sehr viele da hier haben und an das sie auch glauben, ist, hängt mit Glauben zusammen. Und dieser Glaube ist ja auch ein sehr mächtiges, geistiges Werkzeug, das auch die Sinne insofern beeinflussen kann, dass man dann wirklich glaubt, das wirklich gesehen zu haben. Aber da muss man schon eine gewisse Persönlichkeitsstruktur haben, die ich nicht habe, die der Edmund nicht hat, aber die die Leute hier haben. Kann man sagen, das ist super, muss ich sagen, brauche ich nicht. Ich komme so auch gut voran, weil wahrscheinlich ist ja der Grad, dass man da auch in eine Selbsttäuschung abrutscht, schon sehr groß. Aber es hängt mit Glauben zusammen. Darf ich nur ganz kurz, weil das ist jetzt so spannend, weil du sagst, ja wir, Edmund und du, ihr erlebt sowas nicht, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ihr habt Erklärungen dafür. Und es wird auch nicht kommen. Genau, richtig, es wird auch nicht kommen. Patrick nämlich, da ist er, der Patrick war ein bisschen so wie die Johanna oder der Edmund. Hast du auch Übersinnliches erlebt? Übersinnliches erlebt, nicht in dem Sinn, aber ich habe mich schon immer für diese Themen interessiert und Religionen und Spiritualität. Aber du hast, wie gesagt, noch nichts, noch nichts erlebt. Würdest du gerne? Nein, also es kommt darauf an, schon. Man wünscht sich so an manchen Tagen, dass man etwas erlebt, was ein handfester Beweis ist, aber eine gewisse Angst ist schon da. Und so zu meditieren, wie das der Andreas geschildert hat? Damit habe ich mich vor kurzem befasst. Ja, und da würde ich mich auf jeden Fall dafür öffnen, dass ich mich mal hinsetze und meditiere und sehe und erfahre dann für mich selber, wie das ist. Jetzt muss man dazu sagen, dass du mit Vera, unserer Fee und Hexe, liiert bist. Hat das auch durch die Beziehung mit Vera ein bisschen Schwung bekommen, dein Interesse für Spiritualität? Ja, zum Teil schon. Ich habe mich schon, bevor ich mich mit Vera liiert habe, schon für Spiritualität und Religionen interessiert. Aber durch sie natürlich noch mehr, weil sie mir auch mehr dazu sagen kann, als was ich selbst weiß oder selbst erlesen habe. Patrick, warum glaubst du Menschen, die etwas erlebt haben, was nicht erklärbar ist, im Gegensatz zu Johanna und Edmund, die sagen, solange ich keine Beweise habe, glaube ich nicht. Warum glaubst du? Ich habe mich einfach geöffnet, sagen wir so. Ich war davor genauso. Ich habe mich vor den ganzen Dingen, was für mich super natürlich oder übernatürlich waren, verschlossen. Und dachte mir, nee, das ist alles nur pure Fantasie, das sieht man nur in Filmen oder Serien. Aber ich denke mittlerweile anders darüber. Die Anita ist auch so ähnlich wie der Patrick drauf. Also du würdest so gerne etwas sehen und hast diese Gabe wie deine Schwester Doris nicht. Überhaupt nicht, nein. Du hättest das aber gern. Ja, irgendwie vielleicht doch schon. Aber leider Gottes, ich sage halt immer, die einen können es, die anderen leider nicht. Und ich bin bei den anderen dabei, die es nicht können. Und jedoch ab und zu denken immer, oh, dass kleine Kinder, wie dazu mal meine Tochter, da war sie vier Jahre alt, da hat sie immer wieder gesehen, mal Mama schau, einen grossen Papagei, hat sie immer gesehen. Und mit dem hat sie auch gespielt und alt. Und dann hat sie gesagt, ja, hast Angst, schweckst du ja? Und sie hat sie überhaupt nicht. Er tut mir ja nichts, oder? Warum soll ich Angst haben vor ihm? Aber sie hat immer mit ihm geredet. Und dann hat Doris mir auch mal gesehen, okay, es kann auch sie, weil Kinder, kleine Kinder, haben ein reines Herz und sie können sich eher öffnen, wie Erwachsene. Ich bin diejenige, die sich gar nicht öffnen kann. Aber dass es einfach nur kindliche Fantasie ist, weil man ja als Kind so viel sieht, hört, viele Bücher liest, dass man sich dann einfach etwas überlegt. Ja, aber sie hat immer wieder halt immer im gleichen Eck hineingeschaut und hat immer wieder mit dem Vogel geredet. Dann sage ich, ja, ich habe nichts tun können. Ich habe ihn nie gesehen. Dann habe ich mir gedacht, okay, mach weiter. Aber du hast auch nicht gesagt, da ist kein Vogel. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe sie sagen, ja, fragen müssen wir, wie schaut er überhaupt aus? Und dann hat sie mal gesagt, ein Großer mit ganz vielen Farben. Und ich habe es mir vorgeschaut wie ein Papagei. Oder halt die Großen, ja, in Amazonas, da umeinander fliegen. Da möchtest du ja hin, Andreas. Aha. Glaub ich, ne? Warum? Was möchtest du dort machen? Na ja, ich möchte in Kontakt kommen mit Leuten, die sich da noch besser auskennen als ich, weil ich habe bis jetzt einfach ein paar Erfahrungen gemacht auf eigene Faust. Ich hatte da nie einen wirklichen Lehrer, der mich da einweist. Ja. Und im Amazonas zum Beispiel die Schamanen, für die ist es ja gang und gäbe, dass die mit Wesen arbeiten und so Leute heilen. Und da möchte ich gerne hin und mich weiterbilden. Eine schamanische Reise, Dina. Hast du schon mal gemacht? Nein. 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 Also das interessiert mich auch nicht. Mich interessiert eher die Kultur. Ich möchte, vielleicht darf ich nur kurz sagen, meine Tochter hat dasselbe gemacht. Die hat zwei Spielgefährten gehabt, die waren unsichtbar. Das war der Hofi, der Hofi und der Nöffi. Das ist lange Zeit gegangen, wie sie ein Kind war, nicht? Weil sie hat keine Geschwister gehabt, möchte ich sagen. Das war vielleicht der Grund. Das habe ich auch ein bisschen gehabt. Wirklich? Ja, ich kann jetzt auch. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist wirklich die Fantasie eines Kindes. Und ich glaube schon, dass viele Kinder Sachen sehen und beziehungsweise mit Elfen, Engeln und mit Lichtwesen Kontakt sind, weil sie sind noch anders, sie sind reine Seelen. Meiner Meinung nach zwischen Himmel und Erde gibt es einfach einiges. Und das ist nämlich genau die Frage, die ich jetzt unserem Experten stelle, Mag. Dr. Martin Fehlinger, klinischer und Gesundheitspsychologe. Warum sehen manche Menschen Lichtwesen, Elfen, was auch immer und andere nicht? Ich glaube, die Wahrnehmung zwischen der Johanna und der Heide und der Doris sind vielleicht gar nicht mal so unterschiedlich. Das heißt, das, was unsere Sinnesorgane wahrnehmen, das wird durchaus vielleicht vergleichbar sein. Wir haben aber zwei weitere Aspekte, die wir hier mit betrachten müssen. Das eine ist, dass unsere Sinnesorgane nicht komplett fehlerfrei arbeiten. Vielleicht ist es vielen von uns schon passiert, dass wir uns in einem Raum aufgehalten haben, wo alle geschwitzt haben und persönlich ist einem kalt gewesen. Hätte ich gesagt, wenn mir kalt ist, muss es in dem Raum kalt sein. Aber nachdem alle anderen geschwitzt haben, dürften mein Sinnesorgane anders reagiert haben. Also Sinnesorgane, und das wissen wir in der Medizin, sind nicht fehlerfrei. Das zweite ist, dass das, was ich hier wahrnehme, und ich will niemanden von den Gästen nur ansatzweise unterstellen, dass wir das nicht so wahrgenommen haben. Aber die Wahrnehmung entsteht nicht beim Sinnesorgan, die Wahrnehmung entsteht im Gehirn. Das heißt, ich muss das, was ich wahrnehme, interpretieren. Und da scheint es sich dann ein Stück weit zu verändern, dass manche es vielleicht im esoterischen Bereich interpretieren und sagen, es sind Lichtwesen oder es sind außersinnliche Erfahrungen. Und andere wiederum, die es vielleicht naturwissenschaftlicher erklären. Es gibt Untersuchungen dazu, wie sich die beiden Gruppen unterscheiden. Es gibt nicht viele Unterschiede, die momentan so festgeschrieben sind. Das eine ist, dass die Persönlichkeit für Offenheit, für neue Erfahrungen bei dieser Personengruppe deutlich mehr ausgeprägt ist, größer diese Offenheit ist, die eben diese esoterische Interpretation haben. Dass sie sich doch, und das ist wirklich wissenschaftlich bewiesen, eine größere Fantasie haben. Und dass sie oftmals auch in diesen Situationen sehr stark auf der Suche nach Antworten sind für Fragen, die sie aktuell sehr stark beschäftigen. Und Phänomene, welcher Form auch immer, lassen sich scheinbar wissenschaftlich nicht beweisen, also die berühmten Fotos, oder doch? Es ist das Problem, dass man weder das eine noch das andere 100%ig sagen kann. In der Wissenschaft ist oftmals die Frage, auf wie viele Arten kann ich denn ein und dieselbe Situation sehen? Und das ist durchaus eine Sichtweise, die aber nicht den wissenschaftlichen Kriterien entsprechen würde. Andere Erklärungen gibt es aber auch daneben. Und es ist halt jetzt von einigen Personen die Überzeugung da, dass ihre Sichtweise 100%ig so als einzige Erklärung gilt. Die Wissenschaft wird sagen, naja, mir fällt noch eine zweite und eine dritte und vielleicht auch noch eine zehnte ein. Und daher ist es einfach ein vielfältigeres Bild, wie man etwas bewertet und ob man es so oder so sieht. Dankeschön, lieber Martin. Ich danke auch euch sehr für eure Geschichten. Ob es jetzt Lichtwesen, Geister und Phänen gibt, da scheiden sich eben die Geister immer noch. Und solange das so ist, solange man sagen kann, ja, Einbildung oder auch nicht, werden wir noch öfter wahrscheinlich darüber reden, zumal dieses Thema genug Gesprächsstoff liefert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sind real. Also, papa. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank.